Der Kältebus hilft Leuten, die nichts haben, die auf der Straße leben, mit warmem Essen, Trinken und Klamotten. Um 18 Uhr, dann bauen sie sich auf. Die ist schick, ne? Ja, die ist gut, finde ich auch. Für wohnungslose Menschen ist gerade der Winter eine große Herausforderung. Darum ist es so wichtig, dass es den Kältebus gibt, weil wir die letzte Anlaufstation sind in den Abendstunden für diese Menschen eine warme Mahlzeit bekommen. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 042 510 und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 02 08 793. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Gewinn.